Herzlich Willkommen hier bei den Schwarzwäldern und heute schauen wir uns den fünften Tag an in der Liga und erneut haben wir hier einen deutschen Gegner, also viel Spaß damit. Der erste Fight ist diesmal von mir und ich habe hier einen Dreck-Bad-Fight mit dabei. Habe eine Anleitung auf YouTube gefunden, habe die komplett nachgespielt. So einfach kann man auch dreiern. Komme unten erstmal rein mit dem Royal Champion und versuche hier den Inferno-Turm rauszukriegen. Hat schon mal soweit funktioniert, ohne Probleme hier locker gemacht. Der King und die Queen sollen jetzt nach oben laufen, sollen hier den Royal Champion rausnehmen. Auf der Seite auf 3 Uhr wird erstmal ein Drachen gespielt, um die Seite freizumachen, um jetzt gleich mit den Loons in die Base reinzugehen. Der Royal Champion geht hier auf den King, das heißt der ist gleich raus, meine Loons vorne weg, die Drachen hinterher. Den Warden hinterher gesetzt, den Zeppelin drauf und sofort gezündet, dass ich hier im Wut alle Truppen richtig weit in die Base reinbekomme. Schaut euch an, wie viel Platz dann hier die Loons in der Base machen. Hinten beim Zeppelin kommen ein paar Loons raus und ein weiterer Drache. Schafft es hier das Rathaus rauszunehmen und auch ohne Probleme noch die Luftabwehr. So viele Loons noch am Leben. Jetzt weiß ich auch, warum der Warden am Anfang gezündet wird. Jetzt kommen auf der linken Seite 2 Frostzaubereien, um meine Fledermäuse hier vor dem Magiaturm zu schützen. Hier habe ich etwas Glück, da eine Luftmine hochgeht und leider nicht meine ganzen Beds auffrisst, sondern hier irgendwo hinfliegt und explodiert und nichts passiert. Da habe ich etwas Glück gehabt. Dem Magiaturm noch gefrostet am Ende und dann ist der auch weg. Dann ist nichts mehr übrig, was mir hier irgendeinen Strich durch die Rechnung kann. Ein kleiner Overkill mal von mir. Kann ja auch mal passieren, dass ein Plan perfekt funktioniert. So einfach kann es sein. Base gedreiert. Mal wieder eine Itzu Base. Die dreier ich doch eigentlich am liebsten, muss ich sagen. So einfach kann es sein. Video gesehen, angeschaut, durchgeführt. Fertig. Drei Sterne. Black Beauty kommt hier mit einem Wardenwalk und Yeti Smash. Hat uns ja am letzten Tag den Sieg geholt mit 93%. Gerade so geschafft, dass wir gewonnen haben. Kommt hier mit noch ein paar Minions, um aufzuräumen. Schaut es euch an. So muss man das sein. Perfekter Tunnel ohne großes Vielaufwand hier. Der Warden kümmert sich drum. Holt da noch die Kanone und den Magiaturm raus. Das hier. Die Yetis reingehen können. Zum Multi. Hinten raus natürlich wieder rausgehen können. Beim Rathaus. Dafür hat er zwei Jumpen mit dabei. Noch ein Magier, dass hier die ganze Sache etwas schneller läuft. Jetzt seht ihr schon alles aufgeräumt. Das heißt, der King kann auf der linken Seite kommen. Kann da alles platt machen. Oben noch einen Picker, um hier den Tunnel etwas zu beschleunigen. Die Kaserne natürlich auch noch der nächste Picker. Ein paar Magier mit dabei. Die Yetis und die Bowler ziehen dann rein in die Base. Sehr schöne Taktik hier von Black Beauty. Ganz wichtig natürlich hier gleich den Wut. Und auch das Timing beim Warden. Schaut es euch an. Beide Scattershots schießen hier auf die Truppen. Deshalb erstmal einen Frost rein, um den Warden später zu zünden. Sehr gute Taktik. Muss man ihm lassen. Und auch gutes Timing hier bei den Frostzaubern. Sehr schön gemacht. Die gegnerischen Truppen sind jetzt raus. Scattershots natürlich. Die Truppen hier im Wut und natürlich im Warden Ability. Richtig gut gemacht. So kann man richtig klasse die Base aufräumen. Den Royal Champion spielt er nicht bei den Schweinereitern. Hat er auch gut entschieden. Spielt ihn lieber rechts außen rum. Dass die Truppen in der Mitte schön zusammenbleiben. Die Queen kümmert sich dann noch ohne Probleme hier um den Multi. Was auch ganz wichtig ist. Kommt dann oben rein. Holt den Multi raus. Wie gesagt. Der Royal Champion läuft hier im Uhrzeigersinn durch die Base. Seine Ability ist schon gezündet. Ist aber nicht mehr so schlimm. Nur noch 3, 4 Gebäude. Die hier irgendwas ausrichten können. Die Queen noch mit dabei. Wie gesagt. Kann hier gezündet werden. Um etwas schneller voranzukommen. Richtig starker Fight. Die Truppen zum Aufräumen. Nicht mehr so viele. Aber mehr als ausreichend. Sehr schöne 3 Sterne hier. Von Black Beauty. Der nächste Fight hier auf Schiefente kommt hier mit einem Queen Walk Hybrid in die Base rein. Hat hier erstmal einen Yeti auf der Seite um die Seite frei zu machen. Mit der Queen will er dann ohne Probleme hier den Multi rausnehmen. Zum Scatter Shot reinziehen. Hat hier natürlich dann die ganzen X-Bögen gegen die Queen. Also muss er hier richtig gut aufpassen. Mit dem Supermauerbrecher ist man natürlich ohne Probleme hier in die Base reingekommen. Die Queen zieht jetzt gleich nach oben. Läuft dann Richtung Scatter Shot. Was hier super funktioniert. Kann den rausnehmen. Er kann dann ohne Probleme mit dem King auf der Seite noch frei machen. Die Miner und die Schweinereiter sollen dann reinziehen Richtung Royal Champion. Und hinten raus den Scatter Shot natürlich rausnehmen. Den Multi rausnehmen. Die Dezeppelin und die Yetis drin sollen sich um das Rathaus kümmern. Hier schaut euch an wie viele Truppen in der gegnerischen Clambox sind. Mit einem Wut bleibt die Queen auch gegen die beiden X-Bögen und die ganzen Truppen. Ohne Probleme am Leben. Der Hund wird dann schnell natürlich rausgenommen. Die ganzen Welpen machen da auch nicht mehr viel aus. Noch einen Boge hier der die Heiler hilft am Leben zu halten. Jetzt geht es oben rein. Mit dem Hybrid Part schaut es euch an. Super geplant. Richtig klasse wie das hier funktioniert. Der King wie gesagt läuft schön nach außen. Der Hybrid Part nimmt hier die ganzen Gebäude raus. Den Adler raus. Zieht dann ohne Probleme weiter hinten zum Scatter Shot. Der Wut muss natürlich zur rechten Zeit gezündet werden. Hier kommt der Loon vor dem Zeppelin. Um sicher zu gehen dass der Zeppelin auch bis zum Rathaus durchfliegen kann. Das funktioniert hier richtig richtig klasse. Den Zeppelin hier mit der Wut-Ability geschützt. Dass überhaupt keine Probleme bestehen. Dass er zum Rathaus kommt. Nur schaut euch an was dann passiert. Katastrophe. Die Truppen sind nicht am Rathaus so richtig. Oder sind sie doch am Rathaus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schafft er es nicht das Rathaus rauszunehmen. Richtige Katastrophe. Kann man einfach nur sagen. Hinten raus vergisst er dann auch noch die Heilzauber bei seinen Truppen frechzeitig zu setzen. So viele Truppen sind dann weg. Schafft es hier nicht das Rathaus rauszuholen. Sehr sehr schade. Ein Stern nur. Das heißt wir müssen definitiv noch ein paar Dreier einfahren. Um hier einen Sieg einzufahren. Wir schauen uns das jetzt in den nächsten Fights an. Hakuna Matata kommt hier mit einem Queen Walk Miner Fight. Und will natürlich hier das Rathaus und die Scatter Shots alles mit Minern rausnehmen. Hat einen super Mauerbrecher dabei. Um unten eventuell in das Single Compartment hier reinzugehen. Schauen wir mal an wie er das macht. Er kommt auf jeden Fall erstmal mit einem Riesen vorneweg. Und ein paar Magiern. Um hier die Seite so frei zu machen. Dass die Queen wirklich reinzieht Richtung Tesla hier unten. Und natürlich dann nach unten läuft. Kann hier den gegnerischen King rausnehmen. Aber was macht er jetzt? Er versaut hier einen Giftzauber. Und hat noch nicht mal alle Truppen aus der Clanburg rausgelockt. Das war richtig schlecht. Das hätte man besser machen müssen. Guckt euch an wie viele Truppen da noch rauskommen. Das ist eine volle Katastrophe. Und zum Schluss kommt sogar noch eine Hexe raus. Die natürlich seine Queen richtig fordert. Muss hier sogar noch einen Frost einsetzen. Dass die Queen, äh die Queen sag ich schon. Die Hexe nicht so viele Skelette macht. Dass die Queen überhaupt eine Chance hat. Sonst würde sie da draußen viel zu lange mit der Hexe spielen. Und könnte die Base nicht mehr vorbereiten. Hat hier wirklich gut reagiert. Setzt seine Kaserne auf 12 Uhr. Und den King auf 1 Uhr. Um die komplette Seite frei zu machen. Die Miner gehen dann direkt Richtung Rathaus. Sehr sehr schöner Plan. Und was ganz wichtig ist. Wenn ihr nur mit Miner in Richtung Rathaus geht. Macht das Rathaus überhaupt nichts. Du musst hier den Worden nicht zünden. Das hat er super gemacht. Geht dann natürlich weiter der Worden. Und kann ihn dann zünden. Wenn auch die Schweine mit dabei sind. Das hätte ihr hier etwas früher machen können. Dann hätten die Schweine definitiv überlegt. Aber so macht es ja auch nichts. Er hat natürlich hier 3 Sterne geholt. Richtig starker Fight. Die Queen kann unten ohne Probleme noch den Singlenferner rausnehmen. Kann sogar noch weiter aufräumen ohne Probleme. So soll es sein. Die Miner hier in der Base mit den Heilern dahinter. Warum? Wieso? Weswegen die gewechselt haben? Weiß natürlich wieder überhaupt keiner. Total sinnlos. Die Queen war unter Beschuss. Hat sogar noch eine Single Entfernung gegen sich gehabt. Und die Heiler hauen trotzdem ab. Jetzt sind sie beim Boden. Da sind sie total unnütz. Die Miner holen aber definitiv hier alles raus. Also so viele Miner noch am Leben. Richtig starker Fight. Kompletter Overkill hier von Hakuna Madada. Sehr schön gemacht. Respekt hier an ihn. Könnt ihr euch noch an Velos seinen letzten 3 erinnern? Da war genau dieselbe Base drin. Und wie macht er das? Er haut hier unten den Boden raus Richtung Royal Champion. Will ihn dann mit einem Wut und seinen Heilern am Leben halten. Das schafft er hier auch ganz knapp. Diesmal macht er es aber definitiv besser. Er holt ein paar mehr Lunes mit. Dass der Warden auch erstmal sitzen kann. Und auch die Heiler auf dem Warden sind. Sehr schön gemacht. So hat er es erstmal besser gemacht. Als beim letzten Mal. Wo er den Warden hat zünden müssen in die Base rein. Das war natürlich eine volle Katastrophe. Hier aber alles gut. Der Warden schafft es schön die Seite aufzuräumen. Der Lune hier um die Base vorzubereiten. Um hier dann beim Infernoturm Richtung Rathaus zu ziehen. Der King soll die Seite freimachen. Wie beim letzten Mal. Das funktioniert schon mal super. Der Warden ist gleich fertig hier mit seiner Arbeit. Mach mal etwas schneller. Sobald der Warden fertig ist, kann dann wie gesagt der Yeti Smash anfangen. Der Erdbebenzauber schon mal schön gemacht. Alle Compartments auf der Seite auf, die auf sein müssen. Der King und die Kaserne machen auf der kompletten linken Seite alles platt. Jetzt kommen die Yetis rein. Erstmal so gespielt, dass sie auch wirklich den Warden nach oben ziehen. Laufen dann schön in die Mitte der Base rein. Hier muss man natürlich auch drauf achten, dass der Warden perfekt gezündet ist. Um alle Truppen drin zu haben. Das funktioniert meistens sehr sehr gut. Man muss da wirklich achten. Der Warden ist manchmal etwas langsam. Man schafft es hier relativ schnell den Scattershot rauszunehmen. Der Gift perfekt gesetzt. Alle Truppen mit drin. Aber die Bowler haben natürlich überhaupt kein Problem dann hinten raus die Hexen rauszunehmen. Das Rathaus ist richtig schnell draußen. So muss es sein. Die Truppen ziehen dann weiter hoch Richtung Scattershot. Sehr schön gemacht. Holen die gegnerische Queen raus. Oben der King, der Royal Champion und auch noch die ganzen Magier können die komplette Seite aufräumen. Richtig starker Fight. Auch wenn die Base noch nicht max ist, muss man trotzdem alles erstmal so umsetzen. Wenn man aber schon mal einen 3er auf so eine Base gemacht hat, dann weiß man ja wie es geht. Kann hier den Royal Champion noch zünden. Kann die Queen noch zünden. Hat sogar noch einen Frost mit dabei. Also richtig schöner Fight. Und das bringt uns auch hier den Sieg ein. Der vierte 3er bei einem 1 Star ist dann natürlich vollkommen ausreichend. Wir konnten auch das zweite deutsche Duell gegen Black Army mit 33 zu 32 gewinnen. Diesmal haben wir auch in den Prozenten etwas draufgelegt. 85% ist definitiv besser. Das müssen wir aber noch dran arbeiten. Das muss noch besser werden. Wie gesagt, vier 3 Sterne Fights. Einmal 1 Sterne Fight. Das passiert. Kann man nichts gegen machen. Sehr schön. Der nächste Sieg. Und jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Aufstieg. Wir schauen uns dann die nächsten zwei Tage auch noch an. Also wir sehen uns. Und jetzt boards, wir sehen uns mal tiếpfeiert. Vielen Dank.